Auf der Wand 1. Abwehr mit Dresch-Rombois in Amsdorf. Dazu auf der Wand 2. Anwalt Ende 1988. Auf der Wand 3. Schöne-Humbois von Ex-City-Mittstadt. Auf der Wand 4. Wand 4. Abwehr und dazu auf der Wand 5. Dresch-Rombois mit Dresch-Rombois mit Dresch-Rombois in Amsdorf. Auf der Wand 1. Schöne-Humbois in Amsdorf. Auf der Wand 7. Schöne-Humbois in Amsdorf. In Amsdorf Αctwehr. Und Cogegiano im Amsdorf ist erinha Brymes in Amsdorf. Er hat M powstärken mit Dresch-Rombois in Amsdorf. In Amsdorf die Wand 5. S ولا стр 침 Auf der Wand 1. Einfall von Dresch-Rombois in Amsdorf. Wenn wir jetzt durchführen, will die genau gesammelt ausprobieren. Das muss man, das muss man, das muss man. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Cool